Hallo 96-Fans, ich bin's, Julian Kopp und ich freue mich genauso wie ihr auf die neue SESAM. Ja, natürlich das 96-Stadion. Ich finde, es sieht super aus, zusammen mit dem Seedirektleben an. Ich bin hier fast täglich und komme hier hin zum Training oder natürlich auch zu spielen. Und deswegen ist das natürlich ein Ort, mit dem ich auch für ein Positives verbinde, natürlich am liebsten nach sehen. Und dann muss ich sagen, Amerika, am liebsten Los Angeles, habe ich sehr für mich gewonnen. Da reise ich sehr gerne hin und deswegen würde ich das auf jeden Fall als mein Lieblingsreiseziel betrachten. Ja, wenn ich frei habe, reise ich eigentlich ganz gerne. Und ansonsten, was Sportarten angeht, meine ich alles, was mit Bällen zu tun hat, ob es Tennis ist, Basketball, Handball. Weil, ja, wenn ich das mit Freunden spielen kann, dann bin ich auf jeden Fall immer dabei. Gut, frage gute Stimmung, habe ich jetzt kein besonderes Ritual oder so, sondern, ja, da lade ich mir einfach nur so. Habe ich eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre und, ja. Würde ich spontan einfach Carpe Diem sagen, man nutze den Tag, ja. Von daher sollte man jeden Tag versuchen, mit Freude und einem Lächeln in den Tag zu gehen. Ja, von daher würde ich das auf jeden Fall als mein Lieblingsmotor betrachten. Vielen Dank.